Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei Kaiser Adalhard von Italien, 56 Jahre. Ein ehrgeiziger, fleißiger und nachsichtiger, sehr kriegerischer Herrscher, mit dem wir sicherlich noch ein bisschen was vorhaben. Bevor ich loslege, gleich schon mal vorweg, ich bin im Moment ein bisschen krank, ich weiß nicht, ob ihr das an meiner Stimme hört. Auf jeden Fall kann es sein, dass ich zwischendrin kleine Hustenanfälle bekomme, die schneide ich natürlich raus, nur dass ihr euch nicht wundert, wenn zwischendrin mal auf einmal so ein kleiner Sprung ist oder so. Das wird jetzt in den nächsten Folgen dann mal der Fall sein. Mal sehen, wie lange ich durchhalte. Dann, ähm, ich habe mich natürlich wieder ein bisschen umgeguckt, bevor ich angefangen habe aufzunehmen. Was ich so machen kann, das allererste, was ich gemacht habe, ich habe mal meinen Befehlshaber und ein paar Ehepartner verpasst. Das habe ich jetzt off-camera gemacht, würde ich sowieso off-camera machen, deswegen habe ich das jetzt mal in der Pause gemacht. Da werden dann gleich die Sachen reinkommen, sind einfach random irgendwelche Frauen, die ich da jetzt geheiratet habe, war mir ziemlich egal. Hauptsache, sie haben eine Schrau. Ich hoffe, dass die auch Kinder bekommen, das wäre schön, wenn man die dann direkt am Hof hat. Zumindest bei Crusader Kings 2 hat das immer ganz gut funktioniert. So, auf ein paar Sachen möchte ich euch hinweisen, bevor es richtig losgeht. Und zwar, die Grafschaft Ravensburg wird gehalten von Gräfin Anna von Ravensburg. Und Gräfin Anna wird, also ist die Erbin des Herzogstums von Anjou. Und das ist insofern ein Problem, sagt mir zumindest das Spiel, dass das Herzogtum Anjou natürlich hier hinten im Westfräckischen Reich liegt. Die Frau wird auch keine weiteren Erben bekommen, also es gibt nur sie, die wird dieses Herzogtum erben. Und das Spiel sagt, dass damit Ravensburg in den Besitz da drüben fallen würde. Das missfällt mir natürlich. Aber ich glaube nicht, dass ich daran irgendwas ändern kann. Wenn das der Fall sein sollte, könnte es sein, dass wir da einen Krieg drum führen, weil Ravensburg ist ja nun wirklich der Unruhochinger besitzt schlechthin. Nicht wahr? Also der muss auf jeden Fall bleiben. So, nächstes Ding. Ich habe einige Vasallen im Reich, die nicht mehr dem Katholizismus folgen. Ist mir aufgefallen. Und zwar haben wir hier den Herzogtum von Emilia. Der ist muwaladitisch geworden, also muslimisch. Und der will sich auch nicht bekehren lassen. Ich habe schon nachgeschaut. Ich habe kein Druckmittel, das ich einsetzen könnte bei 10%. Das wird wohl eher nicht funktionieren. Und das gleiche gilt auch für das Digomara-Herzogtum, also anders gesagt auch Sardinien. Der ist auch muwaladitisch. Ich weiß nicht, wie das passiert ist, das ist vollkommen an mir vorbeigegangen. Und der hat auch tatsächlich seine Kinder schon konvertiert. Das war bei dem anderen nämlich nicht so. Bei ihm steht hier, könnte annehmen. Ich habe allerdings meine Zweifel, dass das wirklich passieren wird. Jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Was steht denn hier bei Ablehnung? Hat er weniger Meinung und wir könnten ihn einkerkern. Das wäre natürlich auch bei Emilia der Fall. Und außerdem gibt es hier noch den Bürgermeister von Pisa mal wieder, die mal Probleme machen. Der ist adamitisch geworden. Und ich habe jetzt ein bisschen überlegt, wie gehen wir damit um, weil wir sind kein religiöser Eiferer, aber wir sind Glaubenskrieger. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Anspruch, dass es hier katholisch zugeht sozusagen. Also ich glaube, wir hätten weniger Probleme damit, wenn sie zu einem Ketzertum konvertieren würden, das so nicht als feindselig ansehen. Nein. Es gibt ja auch diejenigen, die man nur als fehlgeleitet ansieht, wie jetzt die Orthodoxen. Da hätte ich jetzt nicht so ein Problem mit. Aber alles, was feindselig gilt, würde ich sagen, würde auch ein Herrscher, der nicht unbedingt religiöser Eiferer ist, das nachverfolgen. Also als normaler katholischer Herrscher, der dem Papst treu ergeben ist, und das sind wir ja, würde man natürlich darauf achten, dass es keine Ketzerei im Reich gibt. Also keine offensichtliche Ketzerei. Das heißt, wir werden uns jetzt mit ein paar Leuten anlegen. Und zwar schön der Reihe nach. Also der Herzog von Emilia hat sowieso noch gerade ein anderes Problem, aber das wird er gleich lösen. Der hatte nämlich eine Rebellion gegen ihn. Ähm, ich würde jetzt mal trotzdem mit Emilia anfangen. Wir versuchen, die Bekehrung hier durchzusetzen. Vielleicht macht er das ja auch. Wir verlangen das jetzt einfach, dass er das macht. Wenn er das nicht annimmt, dann wird er eingekerkert. Wenn er das nicht annimmt, dann wird er uns den Krieg erklären. Dann wird er halt danach eingekerkert. Wir kennen das ja. Und dasselbe werden wir danach mit dem Herzogtum hier durchziehen. Und dann mit Pisa. So, dann ist mir außerdem aufgefallen, Jerusalem. Jerusalem ist nicht mehr in christlicher Hand. Es gibt zwar noch das Königreich Jerusalem, die wurden jetzt aber auf die Halbinsel Sinai hier reduziert. Das heißt, sie haben sowohl ihre ägyptischen als auch ihre Jerusalem, äh, ihre israelitischen Gebiete. Wie nennt man die? Aber da muss es doch einen Namen für geben. Naja, ihr wisst schon. Diese Gebiete halt, ne? Das, was hat eigentlich das Königreich Israel wäre. Ähm, das haben sie wieder verloren. Leider. Können wir vorstellen, dass der Papst da irgendwann wieder einen Kreuzzug gegen ausrufen wird. Ähm, da werden wir wahrscheinlich auch mitmachen. Wir sind schließlich ehrgeizig. Und dann gibt's noch eine weitere Sache. Und zwar, der König von Böhmen. Herzog von Böhmen, nicht der König. Der Herzog von Böhmen. Der ist ja reizlos, ne? Und der ist verlobt mit einer, die begriffsstutzig ist. Also ich bin mal echt gespannt. Ich weiß nicht, was das Elfobnitz nur eine dumme Frau, so einen reizlosen Typen heiraten würde. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was da für Kinder herauskommen. Dumm und hässlich. Man weiß es nicht. Gut. Ich löse mal die Pause. Dann gucken wir mal, was abgeht. Sein Glaube ist zu stark. Er wird sich lieber im Dienseits entlohnen lassen. Gut, dann werden wir ihn einkerkern. Das habe ich ja angekündigt. Hat er seinen Krieg beendet? Ja, hat er. Ja, dann wirst du jetzt eingekerkert. Aber wir hatten 15 Anspannungen, weil wir nachsichtig sind. Hm, kann ich ihn einfach so Titel aberkennen? Das kann ich tatsächlich, weil er nämlich ein Verbrecher ist. Das ist ja eigentlich das, was wir machen. Also. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, ob wir jetzt den konvertieren oder wollen wir ihm die Titel aberkennen. Ähm. Ich glaube, wir werden ihn erstmal einkerkern. Das ist so das Allerwichtigste erstmal. Also, wir kerkern ihn ein, auch wenn wir nachsichtig sind. Ähm. Ich sehe nicht ein, dass man das dann so machen sollte. Ein Troubadour wird bald am Hof von Ravensburg auftreten. Man könnte ihn einfach bitten, die Vorstellung zu ändern und die Gräfin Anna zu widmen. Ihr gilt meine Liebe. Äh, was? Bitte? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ach, wir wollen sie verführen? Warum denn eigentlich? Ich, ihr seht, ihr, es ist wieder, sind wir ein paar Tage vergangen seit der letzten Aufnahme und ich bin gerade ein bisschen verwundert. Weshalb haben wir den bei ihren Verführungskomplott? Hä? Was genau wollte ich damit bezwecken? Naja, ich, ich mach das jetzt mal weiter. Ähm. Ich verlasse mich bei meiner Verehrung lieber auf verschleierte Andeutung. Sollte die an sich ein Ding lassen? Es wird eine mutige Erklärung an das Objekt meiner Begierde. Äh. Ich verstehe echt nicht ganz, warum wir mit ihr jetzt eine Affäre beginnen. Ich werde das mal ausmachen. Das kommt mir jetzt irgendwie doch ein bisschen komisch vor. Das geben wir mal auf. Vielleicht wollten wir sie eigentlich beeinflussen? Wer hat mir den Krieg geklärt? Achso, klar. Logisch. Ähm. Da war ich jetzt gerade kurz weg mit den Gedanken. An meinen Lebensherrn verflucht sei euer siebter Großvater. Offensichtlich ist unser Disput nur auf dem Schlachtfeld beizulegen. Ja, da sammeln wir halt mal die Truppen, ne? Gar kein Problem. Seine 2400 Mann, die werden wir doch mit mit links schlagen. und mit verbundenen Händen auf dem Rücken, glaube ich. Ja, wir rennen da mal hin. Das geht ja mal gar nicht. Kind meiner Dynastie. Meine Tochter Adriana hat ein Kind zur Welt gebracht. Achso. Ja, ja, genau. Das ist die Geschichte. Ähm. Kind der Unruhachinger Dynastie. Ach, egal wie der heißt. Ist ein Junge offenbar. Mit Entschlossenheit. Wer ist das? Achso, genau. Das ist dieses Bastardkind, das wir in unserer Obhut haben. Ich nahm Beatrix mit nach draußen, damit sie mit dem Bogen spielen kann und zu meiner Überraschung begegnete sie sie eher einem verwundeten Reh. Sie zögerte keinen Wimpernschlag und erlegte es. Euch erwartet großes Beatrix. Ja, ich meine, wir sind selber auch ehrgeizig. Insofern können wir das gut verstehen. Sie ist feige und ehrgeizig und eigenwillig. Coole Kombo. So, wir sind hier in Modena. Ich werde mal eine Belagerungstruppe hier lassen. Und mich mit denen darum kümmern. In die Geschichte. Dann Belagerungstruppe. Zeig mir mal die Belagerungsarmee. Hier. Da möchte ich natürlich einen passenden Heerführer. Das sind dann wohl wir. Wir werden diese Truppe anführen. Okay, der ist stehen geblieben. Halt. Da möchten wir hin. Greifen wir ihn mal an. Ja, das war doch wieder ein eindeutiger Sieg für uns. Laufen wir den mal hinterher. Mal sehen, wo sie hin wollen. Da. Okay, die laufen jetzt hier einmal drum rum, nehme ich an. Nee, da lang. Hier hinterher. Ja, da wollen sie auf die Schiffe. Na, die wollten bestimmt wieder in die Hauptstadt, ne? Aber sie sind nicht mehr weggekommen. Ja, Armee vernichtet. Dies haben wir auch. Dann belagern wir noch Mantua. Und ich habe einen Kriegsführungsvorzug. Äh, das hatte ich noch nicht, ne? Genau. Jetzt werden wir natürlich den Strategen freischalten. Sehr schön. Der Stratege bedeutet, Diplomatie plus 1, Kriegsführung plus 3, gegnerische Todesverluste plus 25 Prozent, überquert Gewässer ohne Vorteilsmalus. Das ist auch richtig cool. Ja, jetzt ist die Frage, wie machen wir weiter? Bleiben wir in dem Kriegsführungsbaum oder wählen wir einen anderen? Dann schauen wir uns den lieben König mal an. Hm. Also bisher haben wir uns sehr viel kriegerisch vorgetan. Obwohl unsere Eigenschaften nur nicht per se unbedingt kriegerisch sind, also nicht nur kriegerisch sind, sagen wir es so. Interessant. Eigentlich macht der fast dasselbe hier. Nachsichtig. Hm. Den Kriegsführungslebenswandel zu haben, hat natürlich den Vorteil, dass man Kriegsführung plus 3 bekommt. Und je mehr Kriegsführungswert, desto mehr Aufgebote. Hm. Und Aufgebote kann man natürlich immer gut gebrauchen. Wir haben ja schon gemerkt, der König von Westfranken ist doch ein ernstzunehmender Gegner, wenn es um die Menge an Truppen geht. Zumindest was die Vorherrschaft in der Dynastie angeht. Hm. Ich werde es erstmal dabei belassen, wir kümmern uns jetzt erstmal hier um diesen Herzog. Fünf ungelesene Nachrichten. Was bitte? Das wird nicht passieren. Neapel. Wir werden das nicht verlieren, das ist Teil unseres Reiches und was Teil unseres Reiches ist, das verschwindet nicht aus dem Reich. Ist ein bisschen komisch, dass es so immer wieder angezeigt wird, obwohl es ist ja nicht einmal passiert, ne? Seit wir diese absolute, die die Urlehensautorität hier haben. Absolut könnte ich übrigens auch machen. Wäre gar kein Problem, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist. Die Leute mögen einen dann wirklich nicht mehr. Ich meine, so hat man noch minus 10 und dann werden es schon minus 30 direkter Vassalmeinung. Das ist schon heftig. Ich meine, sie könnten selber überhaupt keinen Krieg mehr führen. Was ist das? Was für einer? Wo wären wir? Ach, ich glaube, mit denen hatten wir ein Bündnis, oder? Ja. Wir hatten mit denen ein Bündnis und jetzt haben wir offenbar mit dem Sohn ein Bündnis und das ist natürlich nicht mehr ganz so geil. Aber ich glaube, wir haben so viele Bündnisse. Wir müssen uns da wirklich keine Sorgen machen. So, Mantua. Ach, der belagert hier wieder gar nicht, ne? Bäh. Hier drüben muss ich mich hinstellen, damit das was wird. Das ist natürlich wieder richtig dämlich. Dominiko wird erwachsen. Ach ja, genau. Das war der Sohn, dem wir Gaka gegeben haben. Also der wird Kroatien erben. Ja. Ich bin stolz darauf, meinen Sohn, meinen Sohn, meinen eigentlich, nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsen zu sehen. Er hat auch eine Stufe 3 in Verwaltung. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Eine 15. Solide, würde ich sagen. Sehr solide. Wer ist das? Finst. Tor. Karantok Magdala von Jerusalem. Ihm gehört eine Grafschaft und der hat jetzt auch Unruhering und Gizeh geschaffen. Noch eine Nebenlinie. Sehr schön. Der Kriegerordn breitet sich aus. Wohin? Charonnie von Kreilsheim. Wo ist das? Hier oben. Okay. Irgendeine Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Kenne ich nicht. Wie gesagt, ich kenne ihn. Ach, guck mal. Wo hat er denn die her? Das war mir bemerkenswert, ne? Eigentlich hat er keine Truppen. Aber naja. So, mein Ratsspitzel hat mal wieder was rausgefunden. Jemand möchte meine meine Hofärztin umbringen. Das ist ja wirklich die Höhe. Ja, soviel zum Krieg. Werden wir mal die Forderung erzwingen. Wir erhalten 28 Schrecken. Und der Typ wird eingekerkert. So. Alle auflösen, wie immer. Jetzt ist er in unserem Kerker. Mal sehen, was ich jetzt machen lässt. Wer ist das hier eigentlich? Anna, die Ravenna. Was macht sie in meinem Kerker? Kann ich sie freikaufen lassen? Ja. Und die hier? Was macht die in meinem Kerker? Das weiß ich auch nicht. Schon seit acht Monaten? Hm. Sagen, die lassen wir mal raus, ne? So. Erst mal gucken, ob die hier rausgehen. Ja, sehr schön. So, mein Lieber. Jetzt werden wir doch mal sehen, ob wir nicht hier was aberkennen. Ich würde das Herzogtum Emilia natürlich verlieren. So. Er sich hier bekehrt. Er hat seinen Anspruch darauf verloren. So, jetzt habe ich natürlich wieder ein paar Sachen zu viel hier, ne? Und da könnte ich mir jetzt natürlich schon auch vorstellen, dass ich meinem Sohn, Prinz Dominiko, den Rest von Kroatien auch schon mal gebe. Ähm, damit wäre das Thema nämlich dann auch erst mal erledigt. Grafschaft von Mordrush und Lika bekommt er. Damit bin ich knapp unter meiner Domänengröße. Aber ich muss das machen, weil ich habe sowieso schon zu viele Herzogtümer. Und noch eins mehr braucht man wirklich nicht. So. Prinz Dominiko ist jetzt der Herzog von Kroatien. Das wird er gut finden. Verlobt mit Dora de Monferrato. Oh, Verlobt. Da fällt mir noch was ein. Ähm, ich hatte für meinen anderen Sohn... Hatte ich auch schon eine Partie rausgesucht. Hoffentlich ist die noch verfügbar. Ja, sie ist noch verfügbar. Ingi Björk Starkath-Dottir von Cantabria ist nämlich die Tochter des Herzogs von Jülich. Und damit eine durchaus passende Partie für unseren... Moment mal, was ist denn hier los? Achso, ich glaube, ich muss hier einfach nur die Filter rausnehmen. Genau. Für unseren... Sohn. Prinz Pagano. Genau. Das führt zu einem Bündnis, ist mir jetzt aber eigentlich egal. Aber auf jeden Fall ist die auch ein hübsches Kind. Das ist also eine hübsche Armeesache. So, was habe ich jetzt gerade gesehen? Mein Enkel Adalhard... ...bräuchte mal eine Gattin. Aber da kann ich nichts machen. Ebenso übrigens seine Schwester. Warum heiraten die denn alle nicht? Was macht denn der Junge hier? Prinz Robin, deine Kinder müssen heiraten. Hm. Interessant. Aber offenbar könnte ich das sogar. Also ich könnte jetzt sogar eine Ehepartnerin suchen für ihn. Das habe ich nämlich eben gesehen. Hm. Und man könnte die verheiraten. Vielleicht mache ich das nochmal kurz. Ich werde jetzt mir... Ähm... Ne, ich mache das gleich. Also gleich ist sowieso Pause. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier noch um den... ...die anderen... ...andern Vasallen hier. Also Herzog Rinaldo. Gleiches Spiel. Ich werde die Bekehrung verlangen. Mal sehen. Wahrscheinlich wird er das auch nicht annehmen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das machen würde. Ja. Das war klar. Dann... Erkennen wir auch ihn ein. Es gibt zwar auch wieder Anspannungen, aber das ist jetzt egal. Ja. Natürlich wird auch er hier den Krieg erklären. Das ist ja logisch. Ähm... Dann brauchen wir... ...der... ...der Punkt hier. Ah, hier. Den werde ich jetzt mal verlegen nach Ausika. Heben wir auch hier wieder unsere Truppen aus. Wie viel hat der? 2300. Dass die sich das überhaupt trauen, mich anzugreifen. Nein, nicht auflösen. Gott, jetzt. Das war mal knapp. So. Alles ausgehoben. Ziehen wir mal hier rüber. Okay, die gehen jetzt aufs Meer raus. Wollen abhauen. Unser Ratskanzler Harrybert ist bereits seit einiger Zeit bei mir zu Gast, sagt der Herzog von Slavonien. Die Art, wie er sich in meinen Haushalt drängt, während er versucht, nichts weniger als sklavische Ergebenheit gegenüber euch zu verbreiten, widert mich an. Was für ein Fürst entsindet denn eine derart schreckliche Vertretung. Was habt ihr getan? Na toll. Wir müssen immer mehr beeinflussen hier. 71 Prozent. Das ist nicht besonders gut. Der mag uns also nicht so gerne. So. Ich werde die mal halbieren. Genau, das ist genauso, wie ich das haben möchte. Geht ihr mal weiter. Ja, wohin wollen die? Wahrscheinlich jetzt in meiner Hauptstadt, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Oder irgendwo da anders. Da hinten hin. Hm. Jetzt die Frage, ob ich nicht nochmal halbiere. Ja. Nee, das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Hm. Was ist denn das mit Belagerung abspalten hier? Belagerer stationieren. Immerhin. Nehmt er denn die ganzen Pferde, damit die Pferde bringt doch bei der Belagerung überhaupt nichts. Muss ich wieder alles selber machen, ne? So. Langonellen. Und ansonsten vor allem Aufgebote. Ohne Ende. Ich denke mal, das würde klappen. So. Euch nehmen wir mit. Und hier. Ausnehmen. Okay. Hier brauchen wir jetzt einen anderen. Wir brauchen einen anderen Befehlshaber. Wir brauchen, wir nehmen jetzt ihn hier. Wir befehligen nämlich die Belagerungsarmee wieder. Das ist voll unser Ding. So. Und mit diesen 5000 Mann ziehen wir jetzt wiederum aufs Meer hinaus. Und zwar Richtung Hauptstadt. Oh, das haben wir schon belagert. Sehr schön. Was haben die hier gemacht? Die belagern hier Monaco. Kriegerorden. Oh oh. Ob Kaiser oder Bauer, hochwohlgeboren oder gemein, all das spielt keine Rolle. Am Ende sind wir doch alle sterblich. Daran wurde ich erinnert, als ich in den frühen Morgenstunden Hust erwachte und mir ein dumpfer Schmerz in Kopf und Kehle pochte. Ihr scheint ein wenig unpässlich zu sein, mein Fürst. Ich kenne eine ganze Reihe von passenden Mittelchen, sagt unser Hofarzt, der den jemand umbringen möchte. Also wir sind jetzt nicht tapfer. Wir machen mal nur das Nötigste. Ist jetzt ein wenig besser geworden? Alles klar. In der Fraktion hat er sich aufgelöst. Apropos, ich wollte mal kurz gucken. Na, der ist noch drei Jahre beschäftigt. Okay. Dann ist das in Ordnung. So, wir warten natürlich einen Augenblick ab, bis unser Marus verschwunden ist. Dauert noch ein paar Tage. So, und dann geht's jetzt mal Richtung Monaco. Wir bauen schon ab, aber sie werden's nicht schaffen. Was für eine Fraktion hat sich aufgelöst? Freiheitsfraktion? Und noch jemand, der Cecilia auf den Thron bringen wollte? Ah ja, das könnte jetzt daran liegen, dass wir hier, ähm, Schrecken haben. Unser Schrecken hat sich ja durch die ganze Aktion ein bisschen erhöht. Doch was, was belagert ist. Geht's hier weiter? Ja, ich glaub, die Armee, also diese Schlacht werden wir auch souverän schlagen. Ja. Sie sind verfolgt, okay. Das war in Ordnung. Ja. Ich stell mich jetzt erstmal in die Hauptstadt. Mal gucken, wo die jetzt langlaufen. Wahrscheinlich kommen sie ja eh wieder. Und ich würde sagen, den Rest des Krieges sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.